Spute dich, Schmied! Hör zu, Schmied! Wegen der Sache in der Schenke! Ja, Herr? Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, äh, Vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize grünen Schneebel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Du warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verboxt, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterher zu rennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlet's fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Comanen griffen Scarlet's an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig? Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also... Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor, einen Ruch der Nacht dorthin zu gelangen. Und nicht trödeln. Hier schlagen wir das Lager auf. Hier schlagen wir das Lager auf. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Was ist denn los? Schon dabei, Herr. Na endlich! Na? Wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut. Aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratai rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanus sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanus sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanus verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Puh! Mein Herr, der Oxe da, entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest! Vollends Schwarze! Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlet's. Wie ich hörte, hatte Siegesmund 100 Banner. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlet's getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, das ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Siegesmund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufer haben... Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlet's keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. 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 Ja. Ja, Herr. 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 Ja. Ja, Herr. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 wore hotbedrungen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 dos Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich bin wirklich 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 hungrig. Ich bin... 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 Glück und Gesundheit... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...